Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab September 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 34 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 670 Euro pro Monat. Wir freuen uns die Nähe zu informieren. Einzimmerwohnung